Nein, das gibt Rot für Leno. Och Mann, aah, das war nicht der Plan. Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur gewitterigen nächsten Challenge. Wir sind wieder am Start und heute gibt es eine Challenge, die mir auf Twitter vorgeschlagen wurden. Da hört er schon den Donner, das heißt, es ist wirklich gewitterig hier. Und so wurde sie mir vorgeschlagen von Sena. Ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall ist es eine Challenge, bei der ich erst lachen musste, weil ich mir dachte, wie meint er das? Aber nachdem er es so ein bisschen erklärt hat, war es mir doch recht klar und dieser Donner beruhigt sich gar nicht mehr. Aber ich werde euch jetzt einfach erklären, wie diese Challenge so abläuft. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. 750 Likes wären richtig, richtig nice. Schaut bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich Snapchat in der Videobeschreibung vorbei. Und dann würde ich sagen, ja, kommen wir einfach mal direkt dazu. Ach ja, IG wollte ich nicht vergessen, ja, für günstige Coins, inklusive 6% Rabattcode. MaxGamingTV, mit dem ihr halt nochmal 6% von eurer Bestellung runterbekommt. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Auschecken und jetzt kommen wir zur Challenge, beziehungsweise zum Team. Ihr seht es schon, es ist ein Alllings Wasted, aber es sieht eigentlich so aus. Es besteht zu 100% aus bestem Torwartspiel oder wie man es nennen möchte. Wir haben hier immerhin 5 Ligen, wir haben hier immerhin 4 Ligen und 3 Nationen und das ist Alllings Wasted. Es sind alles Torhüter. Arsenio, dann haben wir Adrian und De Gea, Spiegel, Sigrist, Mvogo, Wölfli, Sommer, natürlich der beste Rechnemittelverspieler der Welt, Benalio, Leno und Zieler in Form. Das ist unser Team. Leno, 46 Tempo, Zieler, 46 Tempo, er hat 53, er hat 48, 42, 40, 46, 51, 45, 56, 59 und hier auf der Bank haben wir noch 55, 60 und 60. Natürlich, ja, Pace ist der einzige Wert, der irgendwie weiterhelfen kann, aber haben wir nicht. Chemie haben wir auch nicht, 38, Trainer bringt da auch nicht mehr wirklich viel, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Unsere Challenge wird sein, hier zu gewinnen und vielleicht schaffen wir es. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, es wird mehr als schwieriger, wir suchen mal einen Gegner und springen mal rein. Ich habe natürlich auch noch 4,5 Sterne Bewertung und spiele gegen so ein Team. Immerhin ein Spieler ohne volle Chemie und das ist Yevgen Konoplyanka, aber der ist auch ohne Chemie krank. Das wird, also, basically impossible. Unsere ersten Steps mit dem Torwart-Team, da ist der beste rechte Mittelfeldspieler der Welt in den Lauf von Ralf Spiegel. Das, ja, war noch nicht so nice, aber jetzt die Balleroberung und Spiegel, oh ja, hat auf jeden Fall technische Skills und holt einen Einwurf raus. Das sah gar nicht mal so schlecht aus, ich hätte vielleicht sogar eine Chance gehabt, den reinzumachen, wenn er gekommen wäre, aber jetzt der Konter über Juan Quadrado und der ist ein bisschen, ein bisschen schneller als unsere Fans. Verteidigung, oh, was für eine Grätsche, David de Rea, nice. Wölfli versucht mit dem Schuss, aber, ja, das Ganze nicht sonderlich erfolgreich. Also, wir haben auf jeden Fall, Alter, jetzt blitzt das hier auch noch so. Hab das vielleicht gesehen, Größenvorteile, allerdings, ja, sonst halt nix. Und jetzt die Baller und 1-0, da kannst du nichts gegen machen, das geht nicht. So, Baller, aber jetzt muss es mal schnell gehen. Doppelpass-Spiel, aber das ist nicht sonderlich erfolgreich. Oh, und jetzt vielleicht die Gelegenheit, nein, weil Boateng natürlich auch der schnellste Infanteil ist, den man überhaupt gegen sich haben kann. Ich hab's übrigens natürlich, was ist das denn, ach du Scheiße, mit den, ja, zwei Silber- und zwei Bronze-Spielern ist mir gerade aufgefallen, noch schwerer gemacht, als es ohnehin schon war, aber was willst du machen, ne, im Endeffekt ist es auch egal, Benaglio, schön, Balleroberung, die Flanke, ja, das, nee, lassen wir lieber. Oh, Jan Sommer mit der Balleroberung, Jan Sommer im 16er, ui, abgefälscht, Ecke, oder, 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 nee. Nein, das gibt Rot für Leno, oh Mann, ah, das war nicht der Plan. Jetzt muss es Ziele alleine richten, aber das macht da vielleicht der Sweat, was war das für ein Sweat, das war das schlechteste Sweaten, was ich jemals gesehen habe, ich hätte schießen sollen. Schießen, aber Hannoveraner schießen keine Tore. Oh, Jan Sommer, der ist absolut on fire, da auf der rechten Außenbahn gegen Jordi Alba setzt er sich durch. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt, setzt er sich auch noch gegen Boateng durch? Nein. Aber trotzdem macht er bisher ein sehr gutes Spiel. Oh, Quadrado, 2 zu 0, ja, das geht dann einfach zu einfach, sie haben ja kein Stellungsspiel, das ist aber auch in Ordnung, weil mit dem 2 zu 0 kann ich leben, vor allem der Gegner Tryhardt wird richtig, der wollte gerade auch schon sweaten, von daher vollkommen in Ordnung. Oh, jetzt die Chance für Wölfli vielleicht, ist er zu langsam, ja, ist er, und er trifft den Ball auch nicht. Ah, Benayo vielleicht nochmal, nee, Halbzeit, es soll noch nicht sein. Ich kann keinen Feldspieler für einen Torwart einwechseln. Das sind alles Torhüter. Das war ein perfektes Tackling. Zieler stark und im Vogo fast mit dem Kopfball. Ah, Dybala an den Pfosten. Da hat Arsenio aber auch nicht gerade souverän ausgesehen, so Benayo ist unglaublich langsam, den hätte ich gerne ausgewechselt, genauso wie Wölfli, einfach weil er schlecht ist. Wobei, naja gut, so gesehen sind sie ja alle schlecht. Ja, aber er ist halt besonders schlecht. Ah, Arsenio. Ja, ich, ja, ja, kann man nichts zu sagen. Wenn wir nur mal in Richtung seines Tores kommen würden, aber der Kerl macht halt einfach auch richtig ernst, als ob es um sein Leben gehen würde. Und lässt uns deswegen gar nicht mal zu Zugang. Also wenn ich gegen ein Torwart-Team spielen würde, ich würde zumindest mal ein bisschen Spaß verstehen und ein bisschen nachlassen, damit die Kieber mal eine Chance haben. Also kämpferisch sind wir immer noch da, aber fußballerisch ist die Leistung leider Gottes nach der Halbzeit noch schlechter geworden. Vielleicht jetzt die Gelegenheit. Die Gelegenheit, oh meine Fresse nochmal, Junge. Lass mich doch wenigstens einmal zum Abschluss kommen. Hatet mal alle Moroski-Raffe. Wahrscheinlich sowieso so ein kleines Kitt, das nicht weiß, wie man seinen Namen ändert. Und jetzt Zieler, Zieler mit dem Lupfer. Oh, Mann. Oh, da wäre, habt ihr es gesehen, da wäre er gestartet gewesen, der Jan Sommer. Aber vielleicht ja jetzt. Nein, wir kriegen den Ball nicht zu ihm. Aber jetzt mit Wölfli. So, und jetzt Sommer. Oh ja, Ballern damit ist Grauens. Aber, nee, hat er nicht mehr. Und jetzt Mvogo. Keine Energie mehr, nicht mal mehr ein bisschen. Der Ball auf Diego. Benaglio, Benaglio. Och, Mann, dieser minderwertige Spasti. Mvogo nochmal. Und dann ist es vorbei. Schade. Wir hatten fast die Gelegenheit. Aber Madame konnte sich nie dazu herablassen und musste um ihr Leben spielen. Naja, absolut traurig eigentlich. Aber was willst du machen? Ist auch irgendwo traurig, dass er nur 3-0 gewonnen hat. Aber ist ja auch vollkommen egal. Im Endeffekt war das eine sehr lustige Challenge. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuschauer auch. Ich bin gespannt, was ihr so für nächste Challenges vorschlagt. Ich habe mal auf Twitter jetzt gefragt. Ich werde da auf jeden Fall nochmal nachgucken. Es kommt wahrscheinlich auch nochmal eine Episode All-Star-Time oder irgendwie sowas. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Ich hoffe, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schaut bei LG Vault, Instagram, Twitter und so weiter vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf. Macht's gut. Haut rein mit dem wunderschönen Nachthimmel von Seattle. Und ciao.